Das Beste, 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 Beste Stadion Essen geht am Valles Burger gibt's. Da kriegt man eine schöne Bulette und Brötchen hingelegt und da kann man sich dann alles drauf machen. Tomaten, Chili, Käse, Ketchup, noch so eine Salsa-Soße. Super, super geil auf jeden Fall. Stadion überzeugt auch. Da unten stehen gleich die Barras. In 35 Minuten geht das Spiel los. Das heißt, die stehen da ungefähr in 50. Und ja, auch der Rest vom Stadion, mega, mega gut. Ich bin ein bisschen außer Atem, aber es ist recht steil hier. Also, ich falle es. Ganz, ganz klare Empfehlung. Junge. m Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020